Servus, darf man euch kurz interviewen? Wie geht's so? Seit wann seid ihr her? Wann seid ihr aufgestanden? Wo kommt ihr her? Ich bin von Garching. Eigene Landwirtschaft natürlich? Ja. Ja, perfekt. Wie lange seid ihr hergefahren? Nicht lange eigentlich. Wir haben ja nur 25 Kilometer. Was hat euch genervt? Oder weswegen seid ihr da? Wir sind da, weil wir grundsätzlich unzufrieden sind mit der Situation. Weil Gesetze gemacht werden, die überhaupt keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben oder Sinn machen. Und heute haben wir vor allem da wegen der Düngeverordnung, dass das nochmal überdenkt wird. Was sie jetzt beschließen möchten, weil das überhaupt keinen wissenschaftlichen oder keinen reellen Hintergrund hat. mit irgendwelchen Ideologen. Genau. Das ist absolut nicht machbar und da macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Da kannst du gleich aufhören. Und genau. Und das bringt ja nicht immer was. Ja. Wenn ihr jetzt dem Söder direkt was sagen könntet, was würdet ihr ihm sagen? Ich würde ihm sagen, dass ich es grundsätzlich einmal feig finde, dass er damals in München nicht aus seinem Büro rausgegangen ist. Wir wissen, dass er da war. Und dass er sich gar nicht dazu stolz. Er macht eigentlich nur das, was meine Meinung nach Wählerstimmen bringt. Meint er. Aber nicht was wirklich wichtiges. Was war da im Büro, wo er nicht rausgekommen ist? Ja, bei der Demo in München. Achso, okay. Da habe ich nicht aufgepasst. Da war ich irgendwie nicht auf dem Schlag. Bin ich auf dem Schlag gestanden? Genau. Ihr seid davor gestanden vor der Staatskanzlei? Oder wo war das dann? Das waren wir die an dem Platz. Genau. Da war eine Politiker. Die Frau kann nicht mehr, die war da. Aber sonst war keiner. Hat sich keiner gezeigt. Wie steht es ihr so zum Volksentscheid auf Bundesebene und auf Landesebene? Wird ihr das was bringen, dass ihr, also wenn schon die CSU nicht auf eurer Seite ist, dass ihr irgendwie das Volk versucht, auf eure Seite zu bringen? Das kommt ganz drauf an. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das Volk soll auf alle Fälle auf der Seite von uns sein. Das ist eh klar. Auf das muss man auch schauen, weil im Endeffekt, wir leben ja von dem. Und welche Medien haben euch speziell so schlecht geschrieben? Der PR auf alle Fälle. Also finde ich. Eigentlich alle fast. Es ist eigentlich alles nicht so wahr, wie es eigentlich wirklich ist. Wenn man es richtig stellen würde, finde ich, sind viele Sachen einfach nicht richtig. Es weiß keiner eigentlich von der Bevölkerung so recht, wie es wirklich sei soll oder sei ist. Genau, finde ich. Das heißt, man bräuchte mehr Informationen. Müsste mal einer vorbeikommen und ein bisschen erklären von eurer Seite und einen Medienvertreter so wie ich und euch ein bisschen dokumentieren, was eigentlich euer Alltag ist. Ja, oder allgemein. Es gibt auch nicht mehr viele falsche Bilder. Wenn einer was schlecht macht, sind es automatisch immer alle. Und das ist ja nicht so. Es gibt in jeder Branche, es ist scheißegal, was des Schlechten ist. Und das wäre genauso, wie wenn jetzt bei irgendeiner Chemiefirma einer was Schlechtes macht, weil irgendwas falsch passiert ist. Und dann würde man sagen, das brauchen wir nicht mehr, das ist schlecht. Das bringt ja nichts. Richtig. Okay, Dankeschön. Bitte.